So, jetzt gucken wir doch mal, ob die was drauf haben hier, die Piloten. Sieht aber nicht so aus. Die haben nämlich jetzt schon RPGs, die was hitten. Das ist schlecht. Okay, wir müssen die Duschgas ausschalten. Offensichtlich. Alter, boah. Ruckel, ruckel. Der erste. Oh, wir haben eine Duschga irgendwo. Kurz einen kleinen Abstecher hier in die Wallachrei. Oh ja, der war gut. Drei Kills aber. Okay, wir entspannen uns jetzt erstmal kurz, bis die nächste Welle an Leuten kommt. Weil die Duschga schießt sich sonst ein bisschen auf uns ein. Oh, fuck. Das scheint sich auch so zu tun. Ich vermute, das Haus sieht voraus. Ich gehe mal kurz um die Controls, um die... Die Duschga ist tot. Wir müssen aber nach Hause. Kriegen wir auch einen, wie heißt das, einen Recon. Das wäre geil. Ja, das wäre echt geil. Okay, die sind am Strand auf Steinen. Okay, hier ist gerade ein Yui gelandet. Den können wir jetzt Deckung geben. Auf dieser Landzüge voraus sind welche. Da war auch die Duschga eben. Oh, da laufen einige. Fuck you guys. Fuck those guys. Oh, wird es nicht in die Bäume fliegen. Ist immer eine gute Sache. Oben auf dem Leuchtturm. Ja, mehrere. Oh, da laufen einige raus. Ich brauche nochmal ein paar Raketen rein. Ja, das geht immer gut. Oh, Duschga auf der Landzunge. Ja, schon wieder tot. Am Strand auch. Flümmel. Ja, Strand. Direkt am Strand. Duschga irgendwo. Ist tot. Ich will sie aber ganz zu Hause hier. Ist ja ekelhaft. Ich will mal Raketen. Bin fast leer. Ja. Ja, ich habe auch keine... Na ja, dann. Keine Granaten mehr. Ja, kurz. 10G-Turn. Muss ja schmecken. Am Strand ist ziemlich was los gewesen. Wir machen da frechig im Tunnel. Oh, Leuchtturm ist wieder was am Start. Und wir haben eine Duschga hinter uns. Das ist schlecht. Lift, lift, lift. Ja, ja, ja. Sehr gut. Bäume sind immer unser Freund. Okay, nichts ist weg hier. Das war Arsch-Aids. Das war... Aber weil ich sowas persönlich nehme, mit der Leuchtung jetzt nochmal kurz hier gewöhnt. So. Und tschüss. Den Tunnel nehmen wir noch mit. Beide gefangen sind hier. Und weg hier. Wenn wir eben alles raushauen, was da ist. Ja, eben. Da laufen sie. Da laufen hunderte. Krass. Duschga rechts. Ab in die... Ab in die Bäume hier. Du raus. Alles voll. Oh, geht kein APG. Okay. Duschga direkt unter uns. Das ist jetzt schlecht. Eieiei. Alter, der ganze... Oh, eiieiei. Oh, kein Lift, kein Lift, kein Lift. Wasser ist böse. Okay. Passt. Wir haben keinen Lift, leider. Oh. Das ist doof. Was ist... Was passiert hier? Ähm. Wir sind jetzt bei der U-Boot-Waffe, mein Herr. Was ist hier los? Was war denn das? 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 Vielen Dank.